Hallo und herzlich willkommen zur Folge 255 von CC2 TV. 255, die nächste Folge, da feiern wir etwas, da kommt ja dann vorne noch ein Bit dazu und da machen wir mal einen Rückblick, was eigentlich alles gewesen ist. In der Vergangenheit von CC2 TV, nicht über BDR Computer Group und so, sondern nur das. Aber heute machen wir erstmal was anderes und zwar ein Produkt, das ist mir ganz besonders aufgefallen, so sieht diese Zahl hier aus, das soll eine Wunderwaffe sein, das soll man irgendwo im Ausland mitnehmen können, kann bis zu 40 Sprachen übersetzen, wo ich reinspreche und ich habe gedacht, das muss ich mir ansehen. Ich habe es mir angesehen. Ich kenne Ihnen gleich noch ein bisschen was dazu. Und das andere Thema, da geht es um Kamera, um Videoüberwachung, um einen weltweiten Standard, der mittlerweile etabliert wird und da wollte ich mal einen Blick drauf werfen, funktioniert das und in welcher preislichen Größenordnung, das ist eigentlich der Grund, weil die so billig geworden sind, liegen die mittlerweile. Ich fange mal damit an. So, machen wir erstmal so einen kleinen Rückblick auf das, was gewesen ist, die analoge Technik. Wir haben ja mit analogen Kameras angefangen, damals mit schwarz-weiß, die waren teuer, dann kamen die ersten Farbkameras, die waren groß und mächtig. Mittlerweile sind das kleine, winzige Fuzzis und, naja, wenn ich mir das ansehe, was ich da so im Laufe der Jahre angesammelt habe, was ich alles überprüft, getestet und bespielt habe. Ich habe also hier etwas stehen und zwar die Vergangenheit. Da sehen wir im Moment nur, gehen wir zur Seite, Kerl. So, jetzt sehen wir noch was. Eine kleine Domkamera, wie man sie zum Beispiel zur Überwachung an der Haustür verwendet. Und das andere, das ist eine 960-Zeilen-Kamera, die schon wieder mit normalen Videogeräten nicht mehr wiedergegeben werden konnte. Da brauchte man dann einen solchen Rekorder dafür. Der hat diese Signale empfangen, umgesetzt, aufbereitet und als VGA oder irgendetwas ausgegeben. Das ist eigentlich Technik von gestern. Die waren zwar nicht schlecht, aber es war alles irgendwo noch auf PAL bezogen und damit hatten wir eine Bandbreitenbegrenzung und konnten nicht 2 oder 4 oder 5 oder 8 Megapixel. Das geht erst im digitalen Bereich. So, und diese digitalen Kameras, die waren am Anfang schweineteuer. Sind sie auch heute noch. Aber es gibt welche, die in einem Bereich gerutscht sind, wie das, was ich hier zum Beispiel aufgebaut habe. So was hier zum Beispiel. Oder hier auch als Kamera, die ich im WLAN einsetzen kann. Oder auch wie eben die analoge, so als Türkamera, die man an die Decke hängen kann zur Überwachung von Eingängen oder Fluren oder sonst etwas. Ja, und die gibt es mittlerweile schon so ab 30, 40 Euro. Dann habe ich gesagt, okay, wenn die so günstig sind und wenn das ein neuer weltweiter Standard ist, der heißt ONVIF. Und das Ding, das heißt, ich gucke noch mal nach, Open Network Video Interface Forum. Das soll also ermöglichen, dass digitale Kameras unterschiedlicher Hersteller, aber nicht nur Kameras, auch Netzwerkrekorder und ähnliches Equipment, miteinander kommunizieren können. Das heißt also, selbst wenn ein Hersteller pleite geht, spielt keine Rolle, wenn diese Kamera oder dieses Gerät diesen Standard erfüllt, soll es mit anderen betrieben und kommunizieren können. Jo, soll. Gut, dieser Standard ist recht kompliziert, recht komplex. Man kann das nicht so einfach irgendwo anschließen, sondern man muss spezielle Programme dafür haben. Gut, die gibt es für Windows, die gibt es für Apple-Systeme, die gibt es für Android, für Linux gibt es nur eins, so ein Minder, aber das Ding funktioniert noch nicht richtig. Da wird schon seit Jahren, muss ich sagen, daran gebastelt, dass man es hinbekommt. Und es ist sehr kompliziert, so ein Minder im professionellen Bereich soll es wohl funktionieren, wenn man es nicht wirklich einarbeitet. Aber hier für uns im Hobbybereich taugt es eigentlich nichts. Aber wir können hier einfach mal mit einem Programm des Herstellers von einer dieser Kameras oder von einem solchen Netzwerkrekorder da drauf schauen. Und das ist das, was wir hier auf dem Rechner haben. Wenn Sie sich das ansehen, das ist also so ein Netzwerkrekorderprogramm und da sehen wir jetzt zwei Bilder da oben. Das eine Bild, ich muss mal die Kamera zuhalten, damit Sie wissen, was es ist, das ist dieses hier. Das sehen Sie. Und das andere Bild, das ist dieses hier. Und Sie sehen vielleicht auch die Verzögerung. Da ist also einiges an Rechenarbeit zu leisten auf dem Computer. Deswegen haben wir eine deutliche Verzögerung. So, so sieht es aus. Ich kann aber nicht nur zwei Kameras darstellen. Ich habe jede Menge Möglichkeiten, hier auch mehr darzustellen. Aber ich kann auch wieder auf eine Kamera umschalten. Zum Beispiel so. Das ist jetzt das Vollbild. Ich habe dann die Möglichkeit, in dieses Bild hinein zu zoomen. Ich habe auch die Möglichkeit, was ich eben sagte, zum Beispiel sechs Fenster oder acht Fenster oder neun Fenster oder noch mehr, je nach Software, darzustellen. Und da sieht man auch, jetzt habe ich ein großes Fenster und ein etwas kleineres. Wenn ich diese Kamera mal hier etwas drehe, kann man es vielleicht besser unterscheiden. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, bekomme ich das Bild und ich kann auch wieder zurückgehen oder ich kann mir das groß holen und so weiter. Also ein schönes System, ein Überwachungssystem. Es kommt ja aus dem professionellen Bereich, mit dem ich sehr viel anfangen kann. Ich habe die Möglichkeit, sehr viele Einstellungen zu machen. Wenn wir hier reingehen, dann können wir sehen, ich habe also hier die Auflösung, die Bilder pro Sekunde, die Bitrate und so weiter. Kann ich alles einzeln einstellen. Hier habe ich jetzt einen anderen Kanal von der zweiten Kamera, das sehe ich auch. Ich kann PTZ, also neigen, schwenken und zoomen, aktivieren. Das kann ich aus dem Bild heraus machen, wenn eine Kamera das kann. Ich kann auch eine Vergrößerung im normalen Bild machen. Das geht natürlich auf die Kosten der Auflösung. Wenn ich also nur eine 2 Megapixel-Kammer gegenüber PAL ist, dass ich schon einen Fortschritt habe und ich zoome da hinein, dann wird natürlich alles unscharf, weil die Pixel aufgeblasen werden. Ist ganz klar. Aber wenn ich 5 oder 8 Megapixel haben will, dann brauche ich aber Equipment, was immer noch sehr, sehr teuer ist. Also für den Hobbybereich nicht. Wir sprechen jetzt hier von Kameras, die so, sagen wir mal, von 40 bis 150 Euro herum kosten, je nach Auflösung, Art, was ich haben will. So, gehen wir hier mal wieder raus in die Einstellungen hier hinein. Hier sehe ich die Kameras auf der rechten Seite, die im Moment aktiv sind, wiedergegeben werden. Links könnte ich, wenn ich noch mehrere Kameras habe und ich mache einen Suchlauf, kann ich diese Kameras dann in der linken Seite sehen, auswählen und nach rechts rüberschieben, sodass sie auch dargestellt werden. So, gehen wir hier auch mal wieder raus. Ich muss mal gucken, wo steht hier schließen. Dann habe ich die Möglichkeit, Aufnahme zu machen. Hier habe ich also jetzt die Möglichkeit, Bewegungen, die im Bild sind, in einzelnen Bereichen einzugrenzen und zu sagen, wenn sich da etwas bewegt, dann nimm auf. Oder zu bestimmten Zeiten aufnehmen oder für eine bestimmte Dauer oder nur diese Bewegungserkenner innerhalb eines gewissen Zeitraums, an einem bestimmten Tag oder was auch immer. Sehr viele Möglichkeiten. Wiedergabe ist klar. Hier kann ich auch Bilder aufnehmen. Wenn ich irgendwas Interessantes sehe, kann die Ansicht, das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, hier machen, habe auch die Möglichkeit, 3D-Fenster oder Sie sehen hier sogar 16 Fenster darzustellen mit dieser Software. Es geht ja noch mehr und kann Benutzereinstellungen machen. Also, wir müssen dafür einen Rechner haben. Unter Windows läuft es zufriedenstellend. Es gibt auch andere Programme davon, nicht nur von diesem Hersteller. Und das ist eigentlich gut. Unter Linux noch nicht so gut. Wobei, man kann mit dem Media Player natürlich so etwas auch wiedergeben. Und das sollte man sich mal überlegen. Hat aber nicht dann diese Möglichkeit. Man soll wohl auch PTZ-Steuerungen und sowas dann übernehmen können. Geht nicht. Zu diesen Steuerungen, zu diesen Protokollen. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Also, es gibt die Protokolle S oder Profile heißt es. S, G, C, Q, A und T. Wobei S das Wichtigste ist, das Video und Audio, PTZ-Steuerungen und so weiter. Dann gibt es eine Tür, Zugangssteuerungen, Einstellungen, Empfänger und Kontrolle der Aufnahmen. Easy Setup-Profil, was auch immer und so weiter. Also, unterschiedliche Sachen. Das ist eigentlich das Problem. Es ist nicht nur kompliziert, wenn man sich da hineinarbeiten will, sondern wahrscheinlich auch für die Hersteller. Denn, gehen wir mal hier weg, ich ziehe mal den Rechner hier ab. So, dauert es einen Moment, bis mein Monitor das andere Bild hat. So, und dann sehen wir jetzt im Moment ein Bild. Jetzt will ich mal sehen, dass wir hier ein anderes Layout hinbekommen. So, jetzt machen wir hier vier Bilder. Und da sehen Sie, der macht die zweite Kamera nicht. Der macht nur diese Kamera hier. So, aber die andere hier, die will er gar nicht haben. Das ist so ein Problem, dass viele Hersteller billig produzieren. Das Problem, das Protokoll nicht vollständig implementieren oder nicht dem Form gerecht, also Forum gerecht oder Norm gerecht, wie auch immer man das hier sagt, in diesem Forum. Und dann funktioniert es eben das Gerät mit dem anderen nicht oder das mit dem und so weiter. Das hier, diese schwarze Büchse hier, das ist ein Netzwerk Videorekorder. Dieser Netzwerk Videorekorder, der hängt im Netzwerk und daran hängt jetzt mein Monitor, den ich hier habe. Das ist also das Ausgangsbild von diesem Netzwerk Videorekorder. Und den kann ich aufrufen und kann dann einfach ihn bedienen aus dem Netzwerk heraus. Ein bisschen schwierig, aber in der Hauptsache, ich schließe eine Maus an und kann den Rekorder selbst bedienen über seine eigene Oberfläche. Und das sehen Sie hier, ich habe jetzt hier wieder die Verwaltung. Er meckert mich an, wenn ich kein Passwort eingegeben habe. Er nervt ein bisschen. So, und da sehen Sie im Prinzip das Gleiche, was wir eben nebeneinander in der Software hatten. Hier nochmal übereinander. Oben kann ich die gefundenen Kameras auswählen und unten sind dann die Kameras, die er wiedergibt. Und jetzt hat er da oben eine 230 gefunden. Diese 230, das ist diese Kamera, die ich hier stehen habe, die er eben auf dem Rechner ein Bild wiedergegeben hat. Aber er, na das zeige ich Ihnen gleich, machen wir am Ende, ist besser so. So, wir haben jede Menge andere Einstellmöglichkeiten im Netzwerk. Wir haben hier, oder ich gehe mal hier unten hin, das ist das, was ich Ihnen eigentlich eben gesagt habe. Wenn ich jetzt hier hingehe und gehe hier auf Zoom, dann kann ich hier einen Zoom-Bereich auswählen. Den kann ich auch mit der Maus vergrößern. Ich kann das Bild auch verschieben, wie Sie hier sehen. Nur, es ist ganz klar, es wird natürlich immer unschärfer und immer schlechter, je weiter ich da hineinzoome. So, also gehen wir wieder raus. Alle Möglichkeiten, die ich überhaupt irgendwie mir ausdenken kann, sind implementiert. Sehr schön, alles gut. Nur mit der Kompatibilität, da haben wir das. So einen Netzwerk-Rekorder bekommen Sie heute für, na, um die 100 Euro. Wenn er neu ist und Sie aufpassen, da kann man eine Festplatte einbauen und kann direkt darauf aufzeichnen. Hier, ich habe keine Festplatte, ich will hier nichts aufzeichnen. Oder, wie gesagt, eben Rechner, aber da muss der Rechner natürlich immer laufen. Wenn Sie einen solchen NVR haben, muss er nicht laufen. So, das zur Information dazu. Jetzt gucken wir einfach mal, was passiert, wenn ich, ja, ich gehe mal hier rüber, hier auf Vierfachbild, so, damit Sie es nochmal sehen können. Und jetzt sagen wir hier, ich suche, ich habe hier oben meine 230er Kamera schon und sage jetzt hier hinzufügen. Jetzt wird sie unten in das Fenster hinzugefügt und Sie sehen, diese Fenstereinteilung ist verschwunden. Das Bild der Kamera kommt nicht. Und jetzt rödelt dieser Netzwerk-Rekorder so ungefähr zwei Minuten und dann piept er. Da hat der Watchdog aufgepasst und startet ihn neu, weil er das Kamerabild nicht erkennen kann. Er findet die Kamera, kann das Bild nicht darstellen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Wenn Sie umsteigen, und es macht natürlich Sinn, wenn man irgendwo eine Überwachung hat, Garten, Garage oder sonst wo, oder in der Firma oder wo auch immer, dass man dann gleich auf digital umsteigt und dass man gleich auf ein Protokoll umsteigt, was kompatibel sein soll. Aber man muss vorher sicherstellen, dass die Geräte auch miteinander können. Und das müssen Sie beim Hersteller des Geräts, bevor Sie es kaufen, erfragen, welches Gerät mit wem etwas kann. Und das macht die ganze Sache noch komplizierter. Also, schöne neue Technik, preiswert geworden. Und man muss sich ein bisschen Mühe geben, um herauszufinden, was mit wem kann und warum nicht. So, jetzt könnte eigentlich Schluss machen. Aber ich mache Schluss. Ich gehe mal zum nächsten Thema. Tja, das Abenteuer geht los. Also nochmal, damit es jeder sehen kann. Hier ist dieses kleine Wunderteil. Ich kreis es mal hier vor meinem Pulli, da kann man es noch besser erkennen. So, so sieht es aus. Klein, fein, Akku eingebaut, Lautstärke und Ein- und Ausschalter und zwei Tasten. So, und dieses Teil, das soll über 40 Sprachen können und übersetzen können. Jo, dann kam es. Dann musste ich erstmal eine Applikation herunterladen von irgendwo her. Dann musste ich mich da mit Telefonnummer anmelden, irgendwo hin. Ist zwar eine falsche gewesen, aber hat trotzdem funktioniert. Und dann musste ich eine Verbindung herstellen von dem zu meinem Telefon. Und die Applikation, die muss immer laufen. Mein Telefon muss auch immer eingeschaltet werden. So, und dann, so funktioniert es. Und die Sprachqualität, hört sich das an. Hallo, kannst du mir sagen, was gerade im Moment in England los ist? Hallo, kannst du mir sagen, was gerade in England los ist? Ja, es geht also im Grunde genommen. Und, what's the time now, please? Die Zeit jetzt. Ja, gut. Also, die beiden Tasten, die obere, ist für die Sprache, also jetzt für Deutsch gewesen. Das kann man einstellen in die Applikation. Und die untere ist dann für die Teams-Sprache. Die Sprachen selbst kann man auswählen. Und wenn ich hier auf meinem Eumel hier binne, bin, bin, ja, zu den einzelnen Zentren der Alltagssprache, die Systemeinstellungen, mehrsprachige Einstellungen. So, die Systemeinstellungen, lehrt Rekordsfeedback. Also, mehr hat er hier nicht. Und der Alltagssprache, da bekommen wir dann auch irgendetwas noch nicht ganz Eingedeutschtes, wie man hier sehen kann. Also, man bekommt im Grunde genommen eine Liste. Da kann man auswählen, welche beiden Sprachen man haben will. Wer sowas kauft, der kann vielleicht sein Geld lieber spenden oder sowas. Es ist hirnlos, sinnlos, miserabel, quäkig. Was soll ich mit so einem Teil, wenn ich immer mein Mobiltelefon dabei haben muss, mein Dattelfon, und muss es immer laufen haben, damit eine Internetverbindung da ist? Das ist nichts anderes, als ein Mikrofon und ein Lautsprecher und ein paar Tasten, die per Bluetooth-Verbindung zu meinem Telefon aufbauen. So, warum nehme ich da nicht gleich mein Dattelfon? Das ist die große Frage. Gut, also, sinnlos. Ich werde es jetzt ausschalten und nie mehr einschalten. Und dem Entwickler dieser Software, dem möchte ich noch mitgeben, nimm doch bitte mal deinen Teil und übersetz damit die Texte in ordentliches Deutsch, damit ein normaler Mensch die auch lesen kann. Denn teilweise muss man würfeln. Aus. Geh aus. Power off. Ja, das war das Beste, was du gesagt hast. So, jetzt kommen wir mal zu anderen Sachen, die ich auch hier drauf habe. So, haben einen kleinen Schnitt gemacht. Ich musste erst mal die Applikation beenden. War nicht ganz so einfach, aber ich habe gewonnen. Ja, ich habe da mal gesehen, was gibt es denn so an Applikationen im Internet und es gibt eine ganze Menge davon. Eigentlich fast zu viele. Viele sind aber sehr einfach. Die können nur zwei Sprachen, Deutsch, Englisch und umgekehrt oder irgendwelche Spezialsachen. Oder sie können keine Spracherkennung. Das ist aber vielleicht gerade im Urlaub wichtig, denn man muss ja nicht unbedingt jemandem eine Tastatur hinhalten und sagen, tipp mal ein, deine Antwort im Ausland. Also, so geht ja nicht. Also, ideal ist es einfach, Telefon zu nehmen, da rein zu quaken und wenn man eine Antwort haben will, hält man es dem anderen hin. Gut, also, danach habe ich gesucht. Und ich habe gefunden, Pons, Pons ist ja nun ein ganz bekannter, guter Name, muss man sagen, nur der knallt mir hier überall Werbung rein. Gut, man kann Geld bezahlen, da ist die Werbung weg. Aber für so einen Verlag, für so ein renommiertes Unternehmen. Also, ich habe auf das Mikrofon gedrückt, jetzt macht es ja erstmal Google auf, denn Stimmerkennung, Spracherkennung machen die selbst nicht. Google hat es jetzt übernommen und jetzt halte ich den Mund. So, jetzt bekomme ich Textvorschläge. Was könnte er denn alles so verstanden haben? Jetzt muss ich also erstmal da fünf Texte durchlesen und sagen, ach, das kommt dem, was ich gesagt habe, am nächsten. Dann tippe ich da drauf. Dann, Stunden später, muss ich jetzt erstmal gucken. So, jetzt hat er da die Übersetzung. Wenn ich also jetzt hier auf Lautsprecher tippe, dann will er noch wissen, was will ich denn haben, Englisch oder Amerikanisch. Also, USA. I have pressed on the microphone now he does first Google on the voice recognition, speech recognition, do this not Google has now taken over and now I keep in my mouth. Ja, gut. Also unter einfach und bequem und handelbar stelle ich mir was anderes vor. Es funktioniert, aber okay, auf eine andere Art und Weise, als ich mir gedacht habe. Und dass ich dann hier gezeigt bekomme, Otto und Pulli und was weiß ich was, das muss alles nicht sein. Nee, wohl immer nicht. Also, habe ich weiter geguckt. Was haben wir denn noch da? Ja, ich will es wirklich schließen. Da haben wir einmal hier Microsoft. Microsoft ist ja vielen bekannt, meldet sich sehr einfach. Ich kann auch hier eine ganze Menge Sprachen auswählen und ich glaube, über 40 waren es im Moment. Und wenn ich jetzt auf das Mikrofon drücke und festhalte. So, jetzt sehen wir mal, was Microsoft aus dem, was ich sage, macht. Und bekomme ich quasi die Übersetzung direkt angezeigt. Ja, kurz so ungefähr war es jedenfalls. Also, Microsoft kann vielleicht nicht so vollständig übersetzen, aber es funktioniert. Man sieht, der Text läuft rein. Also, so vollständig machen wir es nicht. Was mich hier ein bisschen stört, naja gut, ich kann hier in Konversationsmodus gehen. Und da muss ich dann Mikrofon drücken und halten. Da sage ich hier, so jetzt spreche ich Deutsch. Zwei Stunden später. Nee, ich nicht. So, jetzt spreche ich Deutsch. Vielleicht hat er oben und unten Vertausch gehabt. Also, im Moment kommt nichts. Normalerweise ist es so, dass ich dann quasi mit zwei Mikrofonen eine Übersetzung in einem Gespräch starten kann. Ich kann dazu aber auch ein zweites Datelfon nehmen. Also, wenn mein Gegenüber auch ein Telefon hat und auch diese Applikationen da drauf hat, dann ginge das auch. Aber ich kann ja, wenn ich am Bahnhof bin und sage, hier, wo ist denn die nächste Toilette, nicht erst mal sagen, jetzt installiere die mal von Microsoft die ab, damit ich dich fragen kann. In der Zeit habe ich in die Hose geprinkelt. Nee, kann nicht so wahr sein. Microsoft kann aber auch, diese Übersetzer, wirklich Telefongespräche und Sachen, die ich irgendwo im Speicher habe, die kann er übersetzen. Hat also irgendwo Vorteile, funktioniert auch. Dann habe ich etwas gemacht, obwohl ich noch nicht der ganz große Freund von Google bin. Aber übrigens, weil ich dazu sagen wollte, Bilder kann er auch aufnehmen und Texte in diesen Bildern kann er auch über eine OCR übersetzen und auch in Sprache ausgeben. Aber gehen wir mal zur Tante Google und schauen mal, was die so anbieten. Und da muss ich sagen, neidlos anerkennen, es ist das Beste, was ich gefunden habe von all diesen, ich glaube, sieben oder acht Dinger, die ich ausprobiert habe. So sieht es aus. Oberfläche ist überschaubar. Ich habe die Möglichkeit, hier zu sagen, Spracheingabe, einfach Tick. So, jetzt sprechen. Und ich sehe, ich stehe noch auf Chinesisch, also drücken wir mal da drauf, mal sehen, was passiert. Ich will jetzt hier in, ja, Französisch. So, jetzt will ich nochmal Deutsch-Französisch, ich will von Deutsch nach Französisch übersetzen, Spracheingabe. So, jetzt möchte ich mal hören, wie ich Französisch kann. So, und jetzt sprechen. Also, jetzt möchte ich wissen, wie ich Französisch sprechen kann. Na, kann man sich mit sehen lassen. Wichtig ist, ne, ich will jetzt nicht mehr, der Punkt Unterhaltung. Das ist ja das, was ich am Anfang sagte, das ist so ein bisschen Science-Fiction, was jetzt passiert. Ich spreche, und während ich spreche, nimmt er es auf und übersetzt es. Und jetzt? Le divertissement, c'est parce que j'ai dit au début, c'est un peu de Science-Fiction. Que s'est-il passé? Je parlais pendant que je parle. Il capte cela et traduit cela et maintenant. La Vache-Curie. Ah, ich hatte es noch nicht aktiviert. La Vache-Curie. Die lachende Kuh. Ja, ja, gut, geht ja. Also, ich habe jetzt die Möglichkeit, tatsächlich jemanden, nicht das große Teil, sondern mein Dattelfon da vor dem Mund zu halten. Und kannst du mir sagen, wo ich Vogelhäuser kaufen kann. Und dann kann der sagen, nee, gibt's nicht mehr, die war im vergangenen Jahrhundert oder irgend so was. Genau das ist das, was ich im Urlaub brauche. Nur, dass es eben von Google ist. Aber, man kann bei Google auch durchaus die Sprachen herunterladen. Nicht im vollen Umfang. Die sind dann ein bisschen abgemagert. Und hat sie vor Ort und braucht keine Internetverbindung. Und es funktioniert auch. Auch das habe ich probiert. Damit kommt man ganz gut zurecht. So, jetzt haben wir eben noch ein paar Sachen. Ich gehe mal hier zurück aus Unterhaltung. Handschrift. Ich kann also jetzt hier einfach handschriftlich etwas hineinschreiben. Und sogar meine Sauklaue erkennt er. Das ist eine ganz gute Sache. Oder, was ich noch habe. Warum kann ich hier nicht rausgehen, zurückgehen? Einmal ist es zurück, einmal ist es so. Das mit der Kamera. Das finde ich natürlich auch irre. Da würde ich aber mal, Moment, da muss ich glaube ich die Sprache ändern. Ich habe hier nämlich jetzt mal etwas auf Finish mitgebracht. Ein Weihnachtslied auf Finish. Und das wollte ich mir übersetzen lassen. Finish. Auf die andere Sprache. Sie sehen, die Eingabe ist intuitiv. Da braucht man gar nichts machen. Jetzt halte ich die Kamera über mein Weihnachtsgedicht. Und Sie können erkennen, über das Bild, über diesen Text blendet er den deutschen Text ein. Ich wackele jetzt ein bisschen. Normalerweise, wenn man das ruhig hält oder irgendwo einen Arm aufstützt, so etwas geht es besser. Aber das ist schon eine tolle Sache. Ich habe hier noch etwas mitgebracht, und zwar auf Chinesisch. Da gucken wir mal. Da müsste ich ja normalerweise umschalten. Ja, das kann er also nicht erkennen. Deswegen, ich will es Ihnen aber zeigen. Gehen wir mal hier von Finish auf Chinesisch. Und halten das Setz da drüber. Und Sie sehen, da fängt er auch schon an. Wenn ich nicht so wackeln würde, wäre es besser. Also, man kann natürlich auch ein Foto machen. Und das ist ja dann still. Das heißt ja Stillvideo. Und nicht, weil es im Mund hält, sondern weil es nicht mehr wackelt. Und dann funktioniert es. Eine durchaus gute Sache. Vor allen Dingen, diese Offline-Funktion gefällt mir. Denn dann bekommt ja der große Bruder da nicht unbedingt mit, wo ich bin, mit wem ich rede, wenn ich die Sachen vorher herunterlade. Das ist im Grunde genommen der Traum der Menschheit. Das Ende von Babylon. Denn jetzt kann im Grunde jeder mit jedem sprechen. Zumal Google ja über 100 Sprachen hier zur Verfügung stellt zum Übersetzen. So, jetzt noch etwas. Wir haben ja von Google gesprochen, von dieser Datenkrake. Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit für die Leute, die ihre Payback-Karte überall an die Kasse halten, damit alle Werbetreibenden wissen, wie viel Klopapierrollen sie wieder gebraucht haben und wie viel Wodcast sie gekauft haben und sonst was. Die sollen jetzt weghören, denn das sind ja normal Paranoide dabei, wenn ich mit Alexa anfange. Aber dieses Teil kann es ja ganz genauso. Wer also mutig ist und zu Hause so ein Teil hat, der kann ja auch mal sagen, Alexa, übersetze, ich möchte gern wieder in Urlaub fahren. Auf Dänisch heißt, Alexa, übersetze, ich grüße alle Freunde in Japan. Der Dolmetscher ist aktiviert. Möchtest du den Skill öffnen? Nein. Alexa, übersetze, ich grüße alle Freunde in Japan. Auf Japanisch heißt, Also war mein Fehler. Ich habe nicht gesagt, was er mit meinem Quark machen soll. Es geht. Wir können also quasi mit allen Leuten sprechen. Die Technik ist soweit. Die weltweiten Datenbanken haben so viel gelernt und gespeichert, dass hier sicherlich auch ein bisschen KI dazu kommt. KI, ich muss mich, glaube ich, so langsam wieder auf die Socken machen, denn es ist schon wieder soweit. Ich möchte mich bei all denen, die jetzt in der letzten Zeit wirklich wieder gespendet haben, die dafür gesorgt haben, dass wir weitermachen können, ganz, ganz herzlich bedanken. Wir blenden sie natürlich ein, wie immer. Und ich freue mich darüber, dass wir wirklich so viele gute Zuschauer haben, die ab und zu mal was übrig haben für uns. Die nächste Sendung, ich habe schon gesagt, die in zwei Wochen, die 256, da kommt das neunte Bit dazu bei unserer Zählweise. Da wollen wir mal wieder so ein bisschen gucken, wie haben wir uns entwickelt von der Folge 1 bis zur 255. Na gut, die brauchen wir nicht unbedingt wiederholen. Die ist ja noch im Kopf drin. Und danach geht es weiter mit ganz interessanten Sachen. Also vorbereitet haben wir eigentlich schon bis fast Mitte des nächsten Jahres an Themen. Nicht fertig, aber zumindest ausgedacht. Wir sehen mal, wie es weitergeht. Ich habe mir hier meine Laptop-Tasche, die war, ich habe die einmal vorgestellt, weil ich sie mir im Shop schicken lassen habe von Thomas Ritter und dann war sie zwei Tage später ausverkauft. Also das Ding ist wirklich schön, vor allen Dingen, weil mir fällt ab und zu doch mal irgendwie was runter oder so. Das macht ja gar nichts. Jetzt packe ich ein, sage bis zum nächsten Mal, tu den Daumen nach oben und sage immer ein Bit übrig halten und tschüss. Bis zum nächsten Mal.